Du bist ab? Du bist übelst krass, ja. Jetzt zieh, wie ich meine Augen mit her mache, ja? Ich guck jetzt hin und her ab. Oh, das steht sich scharf. Die Hitze. Dann nehm ich das hin. Okay, erste Szene. So, jetzt sag ich jetzt in die Pörsen und ich laufe ein bisschen behindert. Ich guck aber jetzt mal aufs Handy. Ja. Also Dala geht's. Oder was? Na mir Wurst. Ich dachte Dala. Oder ist die Ecke? Ne, Ecke ist in die Richtung. Dann lass uns mal in die Richtung gehen. Ist ja. Jaja, die ganze Zeit schon. Alter, Alter, du rennst. Ich war ja nicht. Das wusste ich nicht. Schieb. Nochmal. Lauf nicht erstmal normal und dann renne ich ab. Ich halte es so versteckt. Dumm. Das ist so gut. Das ist so großartig. Das ist das für mich. Das ist das für uns. Das ist das für mich. Vielleicht nicht hier ganz. Das ist das für uns. Ich habe das für mich. Ein detto. Dann haben hier die Bödyung. Wenn die Bödyunger Alter, renn nicht so viel. Nice.